Wir sind heute in Hopfgarten am Beningberg und heute dürfen wir euch ganz was Besonderes präsentieren. Wir haben hier oben ein Almschalee mit einer begehrten Freizeitwohnsitzwidmung, was man ab sofort mieten kann. Das Tolle ist hier oben natürlich. Wir sind umgeben von Wiesen, Wäldern, Natur. Es ist ein Wohntraum im Grünen. Mehr Infos folgen. Wir tun euch jetzt schon mal erste Eindrücke. Check, Click Channel Phones away. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.